Hallo zusammen, es ist bald Weihnachten und ich schaue mal schauen, was es für schöne Geschenke hat. Die FCL-Captain will für die Weihnachten gerüstet sein. Zuerst aber gilt der Fokus ganz im Match gegen Lausanne und da wollen wir das Spiel gegen Nibe von Mittwoch vergessen machen. Wir haben unsere Fehler analysiert und wissen, was wir besser machen müssen gegen Lausanne. Es ist ein sehr gefährlicher Match, weil sie sich enorm gesteigert haben und sehr diszipliniert spielen. Sie haben auch die Offensive.